Das ist mein Bett, ich such dir mal was anderes. Herzlich Willkommen zu Minecraft, einem neuen Minecraft Projekt, versuch et cetera.be mit mir, also mit mir halt und alleine. Ja gut, was soll man sagen, wenn man keine Freunde hat, hat man keine Freunde. Ja und ich möchte erst mal kurz mein Dorf zeigen. Was bist du überhaupt? Ein Neuling, so ein Gärer. Da haben wir einen Waffenschmied, also wir haben ganz verschiedene Berufe. So, wie hier. Oh, die Katze tut mir ein bisschen leid, aber nein, who cares. Ja, ich mag gerade alles noch neu, das dauert alles ein Stückchen. Hier könnt ihr es genau sehen, der weiße Punkt bin ich, der grüne Punkt ist nämlich der da, die Heimat. Und deswegen weiß ich ja immer, wo ich hin bin. Weil ich mal ganz vergesslich bin. Und hier habe ich meine To-Do-Liste. Nicht, nicht, du, du. Nicht, du, du, wie ich auf Instagram geschrieben habe. I'm so sorry. Und zwar muss ich noch, ich brauche weniger Arbeitslose. Und ich muss noch den Steinmetz noch weitermachen. Vielleicht finden wir schon einen Steinmetz. Hier ist noch, hier ist noch ein Steinmetz. Oh, glatter Stein. Hab ich nicht. Die Steinmetz waren hier. Ist das nicht so viel? Ja, ist ein bisschen voll die Uhren, naja. Äh, Uhren? Ähm. Na Katze, gefällt dir die Kiste? Okay. Na Katze, gefällt dir die Kiste? Okay. Gib mir, Emma, Red. Geil. So, wie ich es habe, jetzt habe ich schon wieder vier Immorals. Ach, und die Glocke, kann man ja eigentlich die Sachen da hinstellen. Aber hier seht ihr es? Geht nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum es geht. Ähm. Was kann ich bei dir schaffen? Lederhose. Okay. Oh, oh. Geh, mach weiter. Ui. Ähm. Kriege ich bei dir die Karte? Das ist doof. Ähm, was kriege ich bei dir? Na, ach, ist das nicht schön. Was kriege ich bei dir? Diorid. Diorid. Diorid bekäme ich. Ui, ui, ui. Oder? Ja, komm. Hashtag alles versappen. Lol. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn so? Ach, Mag... Ah, Magender Keramik. Cool. Da kann man ja voll schon Sachen bauen. Oh, cool. Ja, könnt ihr nicht? Ich habe schon mal ein bisschen gehandelt mit denen. Ein bisschen ist gut gesagt. Sandstufe. Die verbaue ich jetzt irgendwo. Langsam wird es mich ein bisschen eng. In der Giste. Ja, und ich störe auch die ganze Zeit vom Stoff. Ähm. Dieses Hähnchen... 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 Voll. Ich muss, glaube ich, da hinlassen. Soll ich im Metzger sein, oder? Ja. Nein, du wirst arbeitslos. Leute, wir brauchen viel Arbeit. Arbeitslos... Oh, gut. Da steht... Oh, mein Gott. Immer diese arbeitslos. Schlimm. Ähm. Da. Metzger gefunden. Ja. Das Hähnchen-Ragout. Was nämlich voll viele Essen fehlt. Und dann handel ich es nämlich. Und ich meine, warum nicht. Und? Ich habe noch einen Keller. Hier, sowas, was du da heimlich anbauen. Irgendwann nicht, aber naja. Weißt du's? Du darfst, liebe Morgen, mit dem. Und du das mit... mit dem. Obwohl ich eigentlich ja anbauen wollte. Aber naja, gut. Wir bauen Granit anscheinend. Ich hoffe mal, dass das Granit hat. Mit dem. Also, dass ich dann mal... Sehr wichtig. Zu gebaut? Nicht zu gebaut? Zu. So. So. Leuchtt. Was lächerlich? Ich habe halt vor allem im Kreis. Oh, ja. So, wie heißt das denn? Wie? 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 Ich habe mal ein Glück ein. Das weiß man jetzt. Äh, Tisch? Was? Auch nicht. Wie heißt das denn? Was? 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 Ach, diese Pult. Da brauche ich höher und das dann. Okay. Was? 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 Der ist da noch. Der hat mit einer ganz schraubel Clube hier. Ich weiß nicht, wenn das wird. Ich hoffe, irgend einer wird. So. Komm. 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 Wir haben eine Arbeitsplätze. Nimm. Das wird dir gut tun. Zu arbeiten. Schau mal. Da. Nein? Bitte? Schau mal. Ja, du guckst da schon so hin. Soll. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist auch ein Stückchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Voll, das habe ich nicht. Jetzt habe ich genau den. Da wurde das Rote bitte verkauft. Hä? 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 Meiii! Uh, da vorne. Oh, die Gnacht. Mein Bett! Eins. Und Gute Nacht. Meuu! Gnacht!